Hast du dich jemals gefragt, warum wir so oft von der Bedeutung eines gesunden Darms hören? Oft denken wir nur an Verdauungsprobleme, Blähungen oder gelegentliche Magenbeschwerden, wenn wir über den Darm sprechen. Aber tatsächlich ist es so, dass der Darm eine viel tiefere und wichtigere Rolle in unserem gesamten Körper und Wohlbefinden spielt. Einige Experten nennen ihn sogar unser zweites Gehirn, und das aus gutem Grund. Er beeinflusst nicht nur, wie wir Nahrung verdauen und aufnehmen, sondern spielt auch eine Schlüsselrolle bei der Regulierung von Entzündungen im Körper, bei der Produktion von wichtigen Botenstoffen und sogar bei unserer Stimmung. In unserer modernen Welt sind viele von uns ständig in Eile, essen schnell, vielleicht nicht immer die gesündesten Lebensmittel und setzen uns oft Stress- und Umweltgiften aus, die unseren Darm belasten können. Und hier kommt die gute Nachricht. Es gibt natürliche Mittel und Methoden, die uns helfen können, unseren Darm wieder ins Gleichgewicht zu bringen. In diesem Video möchten wir uns intensiv mit einem besonderen Naturheilmittel beschäftigen, das nicht nur dazu beiträgt, den Darm zu reinigen, sondern auch den gesamten Körper revitalisiert. Und ja, für alle, die ein paar Kilos verlieren möchten. Dieses Heilmittel könnte dir auch dabei helfen, deine Gewichtsverlustziele schneller zu erreichen. Es ist faszinierend, wie die Natur uns so viele Lösungen für die Herausforderungen bietet, denen wir täglich gegenüberstehen. Lass uns also tief eintauchen und dieses Geheimnis lüften, um deinem Körper die beste Pflege zu geben, die er verdient. Schau auch unbedingt in der Beschreibung dieses Videos vorbei, dort haben wir für dich ein Geschenk verlinkt, das nur Zuschauer unseres Kanals umsonst erhalten. Während unserer Reise in die faszinierende Welt des Darms werden wir erkennen, wie eng dieses Organ mit unserer gesamten körperlichen und geistigen Gesundheit verbunden ist. Hast du schon mal gehört, dass der Darm ein eigenständiges Nervensystem besitzt? Tatsächlich hat er das enterische Nervensystem, eine komplexe Struktur, die oft als unser zweites Gehirn bezeichnet wird. Das bedeutet, dass, obwohl der Darm in erster Linie für die Verdauung zuständig ist, er auch mit unserem Gehirn kommuniziert und Emotionen beeinflussen kann. Das mag für einige überraschend sein, aber wer von uns hat nicht schon einmal Schmetterlinge im Bauch gefühlt, wenn wir nervös waren? Aber bevor wir uns in die Tiefe dieses komplexen Systems begeben, möchte ich mit dir über die Bedeutung der Darmflora sprechen. Das sind Billionen von Mikroorganismen, die in unserem Darm leben. Ja, du hast richtig gehört. Billionen. Diese Gemeinschaft aus Bakterien, Viren und Pilzen ist so vielfältig, dass sie oft als eigener Mikrokosmos bezeichnet wird. Die Darmflora hat einen enormen Einfüllfluss darauf, wie wir Nahrung verdauen, Nährstoffe aufnehmen und sogar, wie wir uns fühlen. Eine gesunde Darmflora sorgt für eine effektive Verdauung und unterstützt unser Immunsystem. Aber wenn dieses Gleichgewicht gestört ist, können Probleme wie Verdauungsbeschwerden, Müdigkeit oder sogar Depressionen auftreten. Nun, nachdem wir die Grundlagen geklärt haben, lass uns über das besondere Naturheilmittel sprechen, das ich dir versprochen habe. In vielen alten Kulturen wurden Pflanzen nicht nur als Nahrung, sondern auch als Medizin geschätzt. Eine dieser Pflanzen, die in vielen Teilen der Welt seit Jahrhunderten verwendet wird, ist die Aloe Vera. Aber sie ist mehr als nur ein Mittel für Sonnenbrand. Aloe Vera kann auch getrunken werden und in dieser Form kann sie dem Darm auf vielfältige Weise helfen. Ihr Saft wirkt beruhigend bei Entzündungen und kann als natürliches Abführmittel dienen, was besonders hilfreich ist, wenn du dich träge oder verstopft fühlst. Ein weiteres beeindruckendes Naturheilmittel, das oft übersehen wird, ist Ingwer. Diese scharfe Wurzel wird in vielen Kulturen seit Jahrhunderten sowohl in der Küche als auch in der Medizin verwendet. Neben seinem unverwechselbaren Geschmack hat Ingwer auch entzündungshemmende Eigenschaften. Ein warmer Ingwer-Tee kann nicht nur bei einer Erkältung helfen, sondern auch den Darm beruhigen und Blähungen lindern. Und dann gibt es noch Kurkuma, dieses strahlend gelbe Gewürz, das in der indischen Küche nicht nur als essentielle Zutat, sondern auch als heilige Komponente in traditionellen Zeremonien gilt. Seine Popularität in Indien und anderen Teilen Asiens reicht tausende von Jahren zurück, wobei es nicht nur zum Würzen von Speisen, sondern auch in traditionellen Heilmethoden wie der Ayurveda eingesetzt wird. Der Hauptwirkstoff von Kurkuma ist Curcumin, eine beeindruckende Substanz mit intensiven entzündungshemmenden und antioxidativen Eigenschaften. Es unterstützt nicht nur die Darmgesundheit, sondern hat auch gezeigt, dass es das Potenzial hat, Entzündungen im gesamten Körper zu bekämpfen, das Immunsystem zu stärken und sogar neurologische Prozesse positiv zu beeinflussen. Es ist wirklich faszinierend, wie ein einfaches Gewürz so viele gesundheitliche Vorteile bieten kann. Aber warum all diese Details über den Darm und diese Heilmittel? Nun, unsere moderne Lebensweise, geprägt von Stress, wenig Bewegung und oft ungesunder Ernährung, hat dazu geführt, dass viele Menschen mit Darmproblemen zu kämpfen haben. Und diese Probleme können sich auf den gesamten Körper auswirken. Von Hautproblemen über Müdigkeit bis hin zu Stimmungsschwankungen, der Darm spielt in all diesen Bereichen eine Rolle. Daher ist es so wichtig, dass wir uns um unseren Darm kümmern und ihm die Aufmerksamkeit schenken, die er verdient. Durch die Integration von Naturheilmitteln wie Aloe Vera, Ingwer und Kurkuma in unsere tägliche Routine können wir unserem Darm helfen, sich zu regenerieren und zu heilen. Und wenn unser Darm gesund ist, spüren wir das in unserem gesamten Körper und Geist. Noch kurz auf das Thema Abnehmen möchte ich eingehen. Viele Menschen suchen nach Wegen, um ein paar Kilos zu verlieren und oft übersehen sie dabei die Rolle des Darms. Ein gesunder Darm kann die Fettverbrennung und den Stoffwechsel beschleunigen, was wiederum den Gewichtsverlust unterstützt. Wenn du also das nächste Mal darüber nachdenkst, wie du abnehmen kannst, denke auch an deinen Darm und die vielen Möglichkeiten, wie du ihn unterstützen kannst. Nachdem wir uns nun tief in das Thema des Darms und seiner gesundheitlichen Bedeutung vertieft haben, möchte ich kurz innehalten und reflektieren, was wir gemeinsam entdeckt haben. Es ist bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass dieses lange, gewundene Organ in unserem Bauch eine so zentrale Rolle in unserem gesamten Wohlbefinden spielt, nicht wahr? Für viele von uns, die in der westlichen Welt aufgewachsen sind, wurde der Darm oft übersehen oder nur als einfaches Verdauungsorgan betrachtet. Aber wie wir gesehen haben, ist er so viel mehr als das. Es ist erstaunlich zu denken, dass der Darm mit unserem Gehirn kommuniziert, unsere Emotionen beeinflussen kann und sogar eine Schlüsselrolle, BI der Regulierung unserer Körperfunktionen spielt. Dieses Wissen sollte uns dazu inspirieren, unseren Darm als einen Schatz zu betrachten, den wir pflegen und schützen sollten. Und das nicht nur, um Verdauungsbeschwerden zu vermeiden, sondern um unser gesamtes Wohlbefinden zu verbessern. Die Naturheilmittel, die wir besprochen haben, Aloe Vera, Ingwer und Kurkuma, sind nur ein kleiner Einblick in die Schatzkiste der Natur. Es gibt unzählige andere Heilpflanzen und Methoden, die unsere Vorfahren seit Jahrhunderten verwenden. Das Wissen um diese Heilmittel wurde oft mündlich von Generation zu Generation weitergegeben und es ist ein Privileg, dass wir heute darauf zugreifen können. Es ist auch ein Zeugnis dafür, wie der Mensch und die Natur in einer symbiotischen Beziehung zueinander stehen, in der die Natur uns Heilmittel bietet und wir im Gegenzug die Verantwortung haben, sie zu schützen und zu bewahren. Doch auch mit all diesen Informationen ist es wichtig zu betonen, dass jeder Körper einzigartig ist. Was für den einen funktioniert, muss nicht unbedingt für den anderen gelten. Es ist daher entscheidend, auf deinen eigenen Körper zu hören, ihn zu verstehen und ihm das zu geben, was er benötigt. Ein gesunder Lebensstil, ausgewogene Ernährung und regelmäßige Bewegung sind die Grundpfeiler, auf denen wir aufbauen können. Die Naturheilmittel sind wertvolle Ergänzungen, die uns helfen können, ein Gleichgewicht zu finden und zu halten. Ich möchte auch betonen, dass es in Ordnung ist, Hilfe zu suchen, wenn man sie benötigt. Wenn du das Gefühl hast, dass mit deinem Darm oder irgendeinem anderen Teil deines Körpers etwas nicht stimmt, zögere nicht, einen Arzt oder Heilpraktiker aufzusuchen. Es gibt Zeiten, in denen professionelle Beratung und Behandlung unerlässlich sind. Abschließend hoffe ich, dass du, nachdem du dich mit uns auf diese Reise begeben hast, einen neuen Respekt und eine neue Wertschätzung für deinen Darm und die wunderbaren Möglichkeiten, wie du ihn unterstützen kannst, gewonnen hast. Gesundheit ist ein kontinuierlicher Prozess, ein tägliches Engagement für uns selbst. Und wenn wir uns um uns selbst kümmern, können wir das Leben in vollen Zügen genießen und die vielen Wunder, die es bietet, erleben. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, dieses Wissen mit uns zu teilen. Es ist meine aufrichtige Hoffnung, dass du daraus Wert und Inspiration schöpfen konntest. Das Leben ist eine Reise. Und während wir uns darauf begeben, ist es wichtig, dass wir uns selbst und die um uns herum mit Liebe und Sorgfalt behandeln. Außerdem ist es enorm wichtig, seinen Darm regelmäßig von Giftstoffen zu reinigen. Dafür eignet sich hervorragend unsere kostenfreie Darmkur. Diese findest du im ersten Link in der Videobeschreibung. Wenn dir dieses Video gefallen hat, abonniere gerne unseren Kanal und gib dem Video einen Daumen nach oben. Und du das Gefühl hast, dass es anderen helfen könnte, teile es bitte mit ihnen. Wissen ist ein Geschenk und wenn wir es teilen, können wir gemeinsam eine positivere und gesündere Welt schaffen. Wenn du weitere Tipps, Ratschläge oder Informationen zu diesem Thema oder anderen gesundheitsbezogenen Themen möchtest, lass es uns bitte wissen. Deine Unterstützung bedeutet uns sehr viel und ermöglicht es uns, weiterhin qualitativ hochwertige Inhalte zu produzieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Pass gut auf dich auf. Lass uns in den Kommentaren wissen, welches Thema dich am meisten interessiert und wir werden unser Bestes geben, auch dazu ein Video machen.